Hallöchen Freunde und Willkommen zu einer neuen Folge von RoboCraft. Heute starten wir mal direkt im Match, damit wir die tolle Wartezeit überbrücken können. Mit an Bord ist der Seras. Und bevor da wieder irgendwelche Missverständnisse auftauchen, das ist wieder zufällig. Wir haben das überhaupt nicht abgesprochen. Ähm, so wie es halt momentan läuft, ne? Bin froh, wenn ich überhaupt aufnehmen kann. Wir spielen Battle Arena. Alter, du bist saulangsam, kann das sein, oder? Ja, ja. Und, was hast du an Waffen? Du hast nur... Ach, das sind kleine Plasmas, oder? Ja, genau. Ganz, ganz kleine. Aber gut, für diese, für diese, äh, hier, für die... Alter! Für diese Berries, äh, Platz zu machen. Ach, du luchst dann als Talle. Wo? 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 Der da hinten, wahrscheinlich. Ah, krieg ich den gelockt? Ja, krieg ich. Vergiss es, Kollege. Also die Proto-Sieger sind schon ganz geil. Jetzt habe ich den aber nicht mehr auf dem Radar. Ja, ich hab's leider zerlegt. Scheiße. Uuuuh. Sehr gut, der wird aber noch von jemandem beschossen. Läuft. Hast du neue Waffen, oder? Ich? Diese Proto-Sieger. Ja, genau, also die gibt's noch, die gibt's schon eine ganze Weile, aber für mich sind die auch relativ neu. Die waren früher mega teuer. Ähm, alter, die haben aber preistechnisch ordentlich abgespeckt. Alter, was ist denn das für ein Gerät? Uiuiui. Hier wirbelt gerade so einer wie so ein Shuriken, äh, mit Tesla-Blades rum. Der ist... Äh, ich hab's gesehen. Das hat wehgetan. Wie mein Schädel. Ich komme mir gerade vor, als hätte ich irgendwie die ganze Nacht durchgesoffen. Ich wünschte, ich hätte's. Dann wäre es wahrscheinlich jetzt nicht so schlimm mit meinem Kopf. Ah. Die haben ziemlich viele Lufteinheiten, ey. Ja, drei Stück. Der Shuriken sieht... Ich komme mir gerade so ein bisschen useless vor. Wo bist du denn? Hinter dir. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da kommt er, da kommt er. Um Gottes Willen. Oh, da kommt auch noch der da. Ah. Biete dich mal als Bait an. Sauber. Oh. Alter, wie sie mich einfach nur schnetzeln. Ich glaube, wir müssen ein bisschen defensiver spielen. Ich glaube, wir sind zu schwach. Ich glaube, wir sollten uns ein bisschen mehr an unserem Team orientieren. Ich komme dir mal hinterher gefahren. Nehmen wir mal den da, diesen Dämonen... Dämon X, Dämon X, Scheiße, der ist viel zu schnell für uns. Den wollte ich jetzt mal als Fixpunkt nehmen. Schau mal, dabei habe ich hinten schon Triebwerke drin. Ach, du Scheiße, ey. Aber diese Protosieker, die sind auf jeden Fall gut dazu, jemanden ein bisschen Angst zu machen. Weil da halt total viel Muni rauskommt aus den Dingern. Und ich muss halt nicht zielen. Was sehr, sehr praktisch ist. Ziel suchen sind die auch nur. Jupp. Ich kann die halt locken. Und dann fliegen die Dinger, denen hinterher. Kriegst du den alleine hin? Ja, oder? Denk schon, ja. Dann gehe ich nämlich zum Türmchen. Und jetzt klingelt mein Telefon. So eine Scheiße, Leute. Ich muss da mal kurz ran. Das werden wahrscheinlich meine Eltern sein, die nämlich gerade im Urlaub sind. Moment. Ich bin jetzt nicht mehr. Klok Cycle Booster activated. Your middle fusion tower is under attack. Your top fusion tower is under attack. Your middle fusion tower is under attack. So, sorry, da bin ich wieder. Das Flugzeug ist nicht abgestürzt, meine Eltern. Sehr schön. Ah, wobei, dann hätte ich ein eigenes Haus gehabt, wäre jetzt auch nicht so schlecht, ne? Nein, so böse bin ich nicht. Komm, weißt du was, wir fahren jetzt mal links rum, folgen mir mal. Dann kümmern wir uns mal um... ...oder auch nicht. Scheiße, den kriege ich nicht. Boah, was hat der denn? Sieht aus wie Plasma's in blau. Jetzt muss ich mal gerade überlegen, sind meine Eltern überhaupt noch in Urlaub, wenn dieses Video rauskommt? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Boom. So, ich... Ach nee, du bist hinter mir noch. Ich tue mal so und hoffe, dass mich keiner sieht. Ich gehe jetzt einfach mal auf die gegnerische Base. Scheiße, die Protoseeker sind richtig kacke dafür. Du hast mit einem einen Skat verbrückt. Coach, du bist mit einem Schatten zu verbrücken. Ach, das ist hier. Geht doch das mit einem Schatten zu verbrücken. Du hast mich nicht gerade geworben. Du hast gestrichen. Alles ist anstrengend. Du hast mit einem Schatten zu verbrücken. Du hast eine neue Fusion-Tower in einem Neue. So, komm, wir machen mal, wir gehen mal stiften und fahren einfach mal ein bisschen weg. Ach, ich glaube, der hat diese Aero-Gunz gehabt, dieser, der mit dem blauen Zeug geschossen hat. Diese Aero-Flag. Das ist ein Doppel-Flag. Ja. Die Aero-Fusion-Gunz hat getötet. Du hast nicht mehr 100 Flüsse auf der Geschichte. Spanthus, du hast getötet, du hast einen Doppel-Flag-Gunz geschossen. Stirb! Alter! Also, die Luftheinheit hat dieselben Waffen drin gehabt wie du auch. Ja, habe ich gemerkt. Aber die krasseste Waffe, die ich bisher gesehen habe, ist diese Minigun, diese Shredder-Gun. Aus kurzer Entfernung macht das einfach alles weg. Oh mein Gott, die machen uns gerade ganz schön rund. Ich glaube, unser Schild bricht gleich zusammen. Ah, nee, ein Türmchen haben wir noch. Ah, okay, du gehst aufs selbe Ziel wie ich. Sehr gut. So, ein bisschen Entlastung. Meine Waffen sind ziemlich gut gegen diese Bubbles. Du hast wirklich mal den zu bekommen. Erwischt. Ja, ich auch so ein bisschen, aber deine machen definitiv mehr Damage. Ach man, da schießt wieder einer auf mich. Ja, da müssen wir mal versuchen rauszulocken den Kerl. So, der Idiot kommt tatsächlich raus. Oh, da ist noch ein Sniper auf dem Berg. Scheiße. Ich glaube, wir sollten mal kurz zu unserer Base zurückfahren. Wo sind sie? Wobei, jetzt fährt unser ganzes Team gerade zurück. Aha, da kommt aber noch Verstärkung von Gegnern. Autsch. Achtung, hinter uns ist noch einer gleich. Wenn du da hochfährst, wird er dich beschießen. Oh, und da ist schon wieder dieses Tesla Blade. Meine Güte, ey. Die gönnen uns aber auch keine ruhige Minute. So, Kollege. Die schwule ich mir. Du bist mir. Oder auch nicht. Fuck. Ich habe keine Waffen mehr. Doch, hatte sogar noch einen. Verdammt. Ich glaube, wir sind ein bisschen unterlegen. So ein bisschen. Aber der Idol... Nee, wird er doch nicht. Der steht nur rum und schießt. Verstanden. Komm schon. Deine Projektile fliegen so langsam. Muss ziemlich weit vorhalten, ne? Wow, cool. Ja. Meine Anti-Ransom-Software sagt mir gerade, dass sie eine neue Version hat. Das ist jetzt wohl nicht euer Ernst, oder? Sorry, Leute. Das ist jetzt gerade richtig blöd, aber ich muss das mal wegmachen. Sowas liebe ich ja immer, wenn irgendwelche Push-Notifications während des Spielen kommen. Und du kannst... Die gehen nicht von alleine weg. Nervig. So leicht. Wir sollten mal ein bisschen auf die gegnerische Base pushen, weil sonst räumen die uns ordentlich auf. Ah, guck mal, das Schild von denen ist down. Nein, jetzt ist es wieder nicht down. Aber ich gehe trotzdem rein. Okay, der kommt mit, das ist Jude. Boah, der macht aber ordentlich Wasser-Damage. Wow, das sind die großen MGs, oder? Naja, weiß ich gar nicht. Sieht aus wie Aeroflug. So, jetzt müssen wir den aber mal ein bisschen einheizen, weil sonst haben wir verloren. Ah, mein Cooldown ist an. So, die Seite hätten wir. Immer nur die Verbindungsstücke wegschießen, ne? Bei den Dingern. Die haben ja so nur vier Verbindungen zur Mitte. Also wie bei den Kleinen. Genau. Ah, da kommen sie. Wurscht, aber jetzt haben wir sie zumindest von unserer Base mal weggepackt. Ja, gut, schaden. Sauber. Das hat jetzt aber ganz gut geklappt, der Angriff. Jetzt müssen wir halt nur ewig warten, aber so what. Hast du auch so eine lange Abklingzeit? Du meinst schon Respond? Ja. Was waren das jetzt zehn Sekunden? Bei mir sind es 35. Was? Keine Ahnung, wieso. Ah, scheiße, jetzt kann ich auf einmal wieder... Ja. Wir sind bei uns drin, ne? Jupp. Ja, aber ich kann nichts machen. Ich werde von der Luft angegriffen. Ich komme. Ah, das sind zwei. Die zocken auch zusammen. Die kommen bei den selben Hubschrauber. Ohne mich. So, den hätten wir. So, den haben wir auch. Boah, knapp, ey. Von wo schießt der denn noch? Da ist er. Noch einer. Läuft bei dir. Wo ist denn unser Rest dieses Team? Ein paar Leute sind noch down. Gleich sind sie alle wieder da. Wenn die alle diese Punkte haben, ist unser Schild weg, oder? Ja. Und den hier stellt es auch gerade weg. Deswegen sollten wir uns ein bisschen beeilen. Und dann können wir uns mal bei denen bedienen. Kannst du mal schön vergessen, mein Freund. Wir sollten jetzt einfach wirklich nur auf den ihre Base drauf gehen und hoffen, dass wir schneller sind als die und zerstören. Oh, das kommt gut. Yes. Ja. Warte, ich kann es gerade nicht glauben, haben wir wirklich gewonnen. Ich glaube, ich habe sogar den letzten Hit gesetzt. Ja. Oh, sieht es fast. Naja, wobei. Aber krass, guck dir mal die Punkte von uns an. Und guck dir mal die Punkte von denen an. Eigentlich fast nicht zu glauben, dass die fast gewonnen hätten. Läuft. Läuft. Mal gucken, wie viel tolle Sachen ich bekomme. Ich bekomme wahrscheinlich wieder nur Schrott. Oh, Diamond Salvage Crate. Tja, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Rare Insect Lack Worker. Und was ist das hier? Sabertooth Face Ride. Achso, okay. Nice. Ich habe endlich Teile gekriegt von Fluggeräten. Okay. Ja, bei mir geht es so. Geht so. Hätte man lieber was anderes bekommen. Aber das war doch eigentlich recht erfolgreich, die Runde. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.